Schönen guten Tag und herzlich willkommen! Danke, danke. Da gehe ich auch mit rein in den Reiken. Ich habe trainiert für dieses Haar, um die Leute rechtmäßig zu begrüßen zur neuen Staffel des Nerdquiz. Es ist mal wieder angesagt. Ja, wir sind wieder da, zurück aus der kleinen Pause. Liam Niesen. Nochmal. Gehört die Farbe so? Das können wir nicht mehr als Blue benutzen auf jeden Fall. Wir haben jetzt drei neue Kandidaten, inklusive einem kompletten Neuling, glaube ich, vor der Kamera hier dabei. Nee, beim letzten Mal habe ich die Fragen ja mitgestaltet. Genau, du hast mir letztes Mal ausgehäumt. Wir haben auch Fragen vom Publikum gesammelt, wir haben die ein bisschen sortiert und alles. Aber diesmal haben wir Mara mit ins Boot geholt, sodass du dein Wissen zeigen kannst. Warum hast du den Scouter an? Weil ich diesmal? Nein, nein, das ist nicht. Oh Gott. Ich will über 9000 Punkte haben! Oder zumindest, dass ihr unter 9000 habt. Okay. Ja, minus 9000 kriegst du hin. Da bin ich mir ziemlich sicher. Welche Pokédex-Nummer der ersten Generation hat gekauft? BAM! 25! Oh Gott, das hätte ich auch noch gut sein. Haha! Warum weißt du das? Ja, das weiß ich! Ey, erster wirklich Blick von Gunnar. Oh, ich weiß. Wenn du da nur der Pikachu... What? 25 ist richtig! Du kennst die Starter-Pokémon nicht, aber... Die kenn ich ja. Das müsste ein Remake sein. 25 zumindest, das hat sich das in den späteren Spielen geändert. Ich glaube, es war nicht immer nur 25, wenn man die späteren Pokédexe hat, wo sich das nochmal... Ist aber auch egal, wir sprechen ja von blau und rot. Und da ist Pikachu 25 im Pokédex. Oh Mann, Herr. Klar, ist gut. Gunnar weitere 600 Punkte gibt. 1300. Haha, die Pokémon-Frage, ihr Trottel. Oh, Bruder, wo ist das Bild? Da! Die Roboter! Oh, nicht schlecht. Yes! Fuck! Der wird... Es wird genauer, du hast es schon richtig... Dein Scouter ist zerbrochen. Oh, mein Scouter! Jetzt ist er, jetzt ist er... Jetzt ist er über 9000. Dann kaputt gegangen. Alter, der ist echt auseinandergefallen. Macht nichts, Wirt. So geil war das Ding auch nicht. Das war das Geilste, was ich seit lang hatte. Geht ja noch. Ja, der geht noch. Hervorragend. Hör auf, damit rumzuspielen. Wirt, werden es die... Du hast viele richtig gehabt, ja? Werden es die über 9000 sein. Wenn es nicht ist, musst du natürlich in die Kameramände schreiben, das sind unter 9000. Da bist du dir doch klar. Wie viel hatte Wirt? Wirt hatte 5 richtig. Das heißt, es sind 1000 Punkte, die dazu gekommen sind. Mit 8800 Punkte. Schade. Leider enterbt. Enterrt er. So, sag es einmal, Wirt, da in die Kamera. Es sind unter... Unter 9000. Unter 9000. Unter 9000. Da hast du auch noch Bock, ey. Du hast es auch noch verbockt, ey. Okay, mach es nochmal. Es sind unter 9000 Punkte. Ja, ähm, du kommst leider nicht in die nächste Runde rein. Wir haben es ja schon erwähnt, das wird diesmal nicht im Turniermodus ablaufen. Aber wir behalten uns das mal im Hinterkopf. Deine Schande, wie du nicht die 9000 erreicht hast, sowohl du es versprochen hast. Aber kannst ruhig Daniel Schreckert erzählen, ne? Wirt, der hat deinen Rekord geknackt. Du wirst es Daniel sowieso gleich erzählen, ja? Du wirst ihn anrufen und sagen, rate mal, wie viele Punkte ich hatte beim Nerdquist. Bevor South Park zur TV-Serie wurde, produzierten die Macher Parker und Stone zwei Kurzfilme. Im ersten kämpfte Jesus gegen einen Schneemann. Welche beiden Figuren duellierten sich im zweiten Kurzfilm? Klingelt's bei jemandem? Das ist für 2000, ne? Alter, Donny? Ah, das ist falsch. Bevor ich gar nichts sag, ich glaube es war der Weihnachtsmann gegen Osama Bin Laden? Der Weihnachtsmann gegen Osama Bin Laden. Weihnachtsmann ist schon mal richtig, ja? Ja. Es war Jesus. Nice! Donny, ich bewundere deinen Mut. Ja, danke. Hast damit aber leider 2000 Punkte Abzug hinnehmen müssen, sodass du jetzt im Moment bei minus 1100 bist. Soll ich was zugeben? Wusstest du nicht. Wusstest du nicht, dass es abgezogen wird? Ich hab nicht aufgepasst. Ich hab's 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 nicht aufgepasst. Als du gesagt hast, bevor ich gar nichts sage, dachte ich schon, okay. Ich bin so blöd, ihr Ratten! Ja, ja, was soll man da sagen? Ja, lass ihn doch mal gucken. Nein, ich wusste das nicht. So lernt man dazu leider. Oh, jetzt muss ich ja mega aufholen. Jetzt musst du aufholen. Jetzt ist die Aufholjagd angesagt, ja. Ein Zaufpark ist am Ende, die Kategorie. Leider Abzug, Donny, ist du mir leid. Aber jetzt, glaub ich, hast du's gemerkt wieder. Es funktioniert mit den Punkten. Ja. Das ist ein Nerdquiz. Hey, Andreas! Hey! War echt super, dass du auch hier bist. Hab dich gar nicht gesehen. Ich wollte mich bei dir entschuldigen, Andreas. Es tut mir leid. Da gab's anscheinend einen kleinen Rechenfehler beim letzten Nerdquiz. Dir wurden 200 Punkte nicht zurecht gegeben im Finale. Das haben wir leider bei mir vorne und in der Regie nicht erfasst. Und damit wirst du rückwirkend zum Sieger erklärt. Ja! Warte mal. Hier! Ein Pokalfilie. Dankeschön. Ja. Und kannst du jetzt raus? Ich muss ganz dringend. Sorry. Oh Gott, endlich. Hey, Lars! So. Hier gehört der Regie. Und interessant auch nochmal Cast-Meshup. Wir hatten vor ein paar Folgen eine Kategorie, wo ich Begriffe genannt habe. Und diese Begriffe sind aus einem Film, einem Buch, einem Sonstwas-Universum gewesen. Und man konnte dann buzzern. Und wer gebuzzert hat, hat dann gesagt, oh, ich erkenne das. Das ist eindeutig aus Spongebob. Und dann, weil man die Namen erkannt hat. Jetzt ist das nochmal ein bisschen aufwendiger gemacht. Nämlich Cast-Meshup. Ich werde nacheinander Namen vorlesen. Und diese Namen sind aus dem, ja, Hauptdarstellerfeld, TV-Serie, Animationsserie, Film und so weiter. Aber abwechselnd sind das aus zwei verschiedenen Franchises. Das heißt, ich nenne einen Namen. Das ist aus der Serie zum Beispiel. Aber der nächste Name, den ich nenne, ist aus diesem Film. Und dann werde ich immer weitermachen. Wenn ihr meint, beide Franchises erkannt zu haben, ne, so dass es zum Beispiel Spongebob und South Park wären, wo ich nachher die Sachen nenne, dann könnt ihr buzzern und die Antwort geben. Ich werde die Namen zweimal durchmachen. Traut euch zu buzzern und dann werdet ihr. Aber da ist dann nicht so was Unfaires drin, dass dann irgendwie plötzlich einer dabei ist, der bei beiden drin ist? Ne, so ist es nicht. Ja, es sind schon erkennbare Sachen, aber progressiv schwierige. Ich wollte es nochmal erklären. Wie gesagt, wenn wir einmal eine dieser Fragen ausgespielt haben, wird es dann klarer, untersichtlich sein. Die richtige Antwort müssen beide... Genau, es müssen beide Franchises genannt sein. Nicht buzzern nur erst die eine und dann die zweite, sondern wenn ihr euch sicher seid, dass es richtig ist, dann gebt ihr mir beide Franchises. Was nehme ich denn da? Kannst dich auch gerne dahinter orientieren, wenn du es nicht sehen kannst. Dann probiere ich jetzt nochmal das Cast-Meshup für 100. Cast-Meshup für 100. Alles klar, ihr wisst ja noch, wie es funktioniert hat. Hände neben die Buzzer. Mace. Slinky. Luke. Andy. Leia. Hä? Dennis? Toy Story und Star Wars. Hm, ja. Wir schauen mal das Bild an. Es sind Toy Story und Star Wars. Slinky! Die weiteren wären nämlich gewesen Leia, Buzz, Yoda und Woody. Ach was, so funktioniert es! Du hast ja schon eins so durchgemacht. Ich dachte, das sind immer mehrere Franchises. Wenn das erste Pärchen vorbei ist, dann warst du, dass das nächste Franchise kommt. Das ist die nächste Frage dann leider. Mann, das ist ja voll einfach. Scheiße. Es sind noch genug... Es tut mir leid, Trant, dass da ein Missverständnis vorlag, aber es liegen noch genug vor, sodass du da auch Punkte machen kannst. Sehr peinlich. Konsequent peinlich hier gerade. Welcher ehemalige Boybandstar hat das französische Sprichwort Chacun a son goût, was so viel bedeutet, wie jeder nach seinem Geschmack über seiner Brust tätowiert? Ich glaube, ich spreche jetzt richtig auch. Chacun a son goût. Das ist so ein Akzent. Über seiner... Was bedeutet denn über seiner Brust? Nicht auf der Brust, sondern quasi so Kragen-Style. Ja. Ah, ich weiß es! Alter! Nein! Anne! Robby Williams! Fuck! Robby Williams! Ist das richtig? Wir schauen uns ein Bild von den Boybandstar an. Mann! Scheiße! Geil! Scheiße! Geil! Da ist es. Chacun a son goût. Gibt's ne Zeitlupe? Gibt's ne Zeitlupe? Ja, sie macht's erst. Ich hab noch gesehen. Sie sind geeicht schon, die Buzzer hier. Anne! Ja! Es war ein Foto-Finish. Fuck! Aber es war der Robby Williams. Warum sag ich dir das auch noch, dass es hier oben steht? Weil in dem Moment kamst du jetzt... Ja, ich hab's dann auch gedacht, Moment mal, das kenn ich doch irgendwoher. Scheiße! Das kenn ich doch immer. Sehr gut. Anne, 1.000 Punkte für dich. Das fühl ich mich gut an. 500 Punkte hat Daniel und Gino 100. Ich sag's ja auch noch. Danke! Das war ein Moment, der noch wiederholt werden wird, glaube ich. Mann, mach so. Es ist vorbei. Welches wäre denn der eine gewesen, den ihr alle wisst? Ja, 1 und 1. Darmatina, ja. 1 und 1. Oder Prellamperlida, wie er heißt. Mhm. Das ist der andere aber. Huckleberry Finn. Huckleberry Finn. Was ist Marceline? Jake und Finn? Sagt euch das nichts oder so? Jake und Finn, ne. Es ist wahrscheinlich, wenn man sich hier an den Animationsserien bewegt hat, TV-Serien, das wäre nämlich Adventure Time gewesen. Ah, okay. Ach so. Stimmt. Ich hab's leider nie gesehen. Stimmt. Habe ich leider nie gesehen. Ist das nicht der Pädobär? Ja, Daniel. Ja, das hätte man wissen können, ne? Strahlt doch noch so früh am Abend aus. Ja, aber leider hat es nicht dazu gereicht. Für die einen war dieser Gegenstand weiß und golden, für die anderen schwarz und blau. Oh! Das dumme Kleid! Das dumme Kleid! Das dumme Kleid, was da irgendwo hing und wo sich wirklich auf Facebook und Instagram alle möglichen Leute ausgebaut haben. Ja, ja, ja. Warum ist das jetzt so für eine Farbe? Nein, es war dieses verfickte Kleid. Ich logge ein. Soll ich einloggen? Das dumme Kleid oder das verfickte Kleid? Wenn es nicht muss, ist das verfickte Kleid. Wir gucken mal das Bild an. Es ist natürlich das dumme, respektive verfickte Kleid. Nein, warum habe ich nicht früher Geduld? Och Mann, ey. Ich Idiot. Gino, lass das... Nee, ich bin das nicht. Ich bin das auch nicht. Das ist doch hier. Zieht sich dann da hin und weg. Ich kann deine Hände nicht irgendwie verschränken, weil ich muss auf den Buzzer hinrücken. Es ist das dumme Kleid gewesen. Dafür 600 Punkte bei Daniel drauf. Du hast dich auf 100 Punkte an Anne rangekämpft. Bisher mit deinem eloquenten Meme-Wissen. You mean well, Sir. Ja, so. In Metal Gear Solid kann man mit Zigarettenrauch Laserfallen sichtbar machen. Welchen weiteren Effekt hat das Rauchen noch im Spiel? Wenn man in Metal Gear Solid Zigaretten raucht, dann werden natürlich Laser fallen, sichtbar durch den Rauch. Aber die Zigaretten haben einen weiteren Effekt. Was passiert, wenn man die da raucht? Ey, das ist jetzt zu dumm, um das zu beantworten. Also, um die Antwort zu bringen. Das kann nicht sein, Gregor. Bis du das hören willst. Ich glaube schon. 5, 4, 3, 2, 1... Ich sag das nicht, ne? Das sag ich auch noch nicht. Nee, ich sag das nicht. Also... Ich weiß ja auch nicht, ob das stimmt. Aber es muss stimmen. Und? Mir ist das zu unsicher. Mir auch. Vorbei. Was könnte das sein, Daniel? Naja, der fängt irgendwann an zu husten und es geht auf seine Konditionen. Lebensenergie. Es ist schlecht für seine Energie, ja. Es zieht einem Energie auf. Das stimmt. Aber das wolltest du nicht wissen, oder? Doch, das wollte ich wissen. Natürlich wollte ich das zu tun. Hickory, Maurice, Toto, Lumière, Glinda, Gaston, Dorothy, Belle. Hä? Fuck, wenn das falsch ist, Alter, dann rass dich aus. Jetzt kommt's. Pass auf. Schön und das Biest. Und? Ähm, hier, Zauberauf und Aus. Oh, fuck! Oh Gott. Mann! Schön und das Biest ist richtig. Ja. Zauberauf und Aus. Ist auch richtig. Ist auch richtig. Scheiße, ich hab mir gehofft, dass ich dich sag. Jawohl, ja. Okay, alles klar. Was geht ab? Der Groschen. Er fiel. Er fiel zum Glück. Richtig. Welche Leipziger Musikgruppe gilt als eine... Daniel? Ich bin so dumm. Tokio Hotel sag ich jetzt einfach scheiß drauf. Was? Okay. Ja, Leipziger Musikgruppe. Ich hab keine Ahnung wann. Sie kommen nicht aus Leipzig. Ich lese es zu Ende. Es ist eine Wunder. Punktefrage. Lass mich doch mal zu Ende. Welche Leipziger Musikgruppe gilt als eine der frühesten Boygroups Deutschlands und war mit Hits? Die Prinzen. Alles nur geklaut und Küssen verboten. Die Prinzen. Geil. Sind natürlich die Prinzen. Kassettenweise hatte ich die. Ich bin so dumm. Gelten als eine. Da hat man natürlich noch nicht Boybands gesagt, aber im Grunde waren sie ja eine. Die guten Jungs aus Leipzig. Tokio Hotel. Mit ihren bekannten Welten sind alles nur geklaut. Durch den Küssen verboten. Und böse Videospielfirmen. Böse Videospielfirmen. Böse Videospielfirmen ist jetzt nicht jede Antwort EA gemeint. Umbrella. Das ist auch nicht schlecht. Es geht um Firmen ausspielen, die vielleicht nicht ganz dem Wohl der Gesellschaft dann zugeneigt sind. Und Umbrella wird eine Antwort davon sein. Das gibt die 100 Prozent. Umbrella ist die 100. Also. Fabian, du stehst ganz außen und darfst als Erster eine Kategorie aussuchen. Ich nehme Umbrella 100. Den selben Gag wollte ich auch machen. Hände neben die Buzzer. Leute, wirklich. Neben die Buzzer, Simon. Neben die Buzzer, ja. Nicht rüber. Zählt das auch? Flach. Du es flat. Du es flat. Für alle. Sonst gehe ich so, der eine Finger kommt dann da nur. Ähm. Die Experimente welcher Firma sorgt, ne? Umbrella? Welcher Firma sorgt dafür? Das ist Raccoon City Funktion. Ich habe es genau genommen schon vorher gesagt. Eigentlich ja. Ich habe gedacht, es kann nicht sein, dass es jetzt wirklich kommt bei der 100 Euro Frage. Es ist sogar geil. Jeder hat es einmal gesagt. Bevor sie auch angefangen hat, du fragst die Frage. Ein Glück. Ein Glück, dass es schon am Anfang wirklich ist. Ich hätte es nicht durchgehalten. Ich hätte es nicht durchgehalten. 100 Punkte für Simon. Will bitte die nächste Kategorie. Dann habe ich es hinter mir. Auf welchem Planeten operiert die Fleischfabrik Rupture Farms? Auf welchem Planeten operiert die Fleischfabrik Rupture Farms? Rupture Farms. Eine Fleischfabrik. Ich möchte den Namen des Planeten wissen, auf dem sie operiert. Simon guckt mich an. Ich kann leider nicht mehr als die Frage nennen. 5, 4, 3, 2. Wer traut sich? 1. Traust du dich, Simon? Ne, ich weiß, dass es nicht das ist. Es ist nicht der Titel des Spiels. So heißt die Welt. 1 und... It's over. Es ist vorbei. Was wäre denn dein Gedanke gewesen, Simon? Oddworld, aber die heißt nicht Oddworld. Welch Zufall, dass der Planet auch Oddworld heißt. Ach komm jetzt! Ja! Rupture Farms operiert auf Oddworld. Ich hätte nur Apes Odyssey und sowas gewusst. Über Oddworld haben wir jetzt nicht eingefallen. Aber der Film heißt sogar Oddworld. Ordinated Inhabitants. Das ist doch klar, dass die Welt in Oddworld heißt. Es ist aber auch eine 1000 respektive 2000 Punkte Frage. Aber es heißt doch Apes Odyssey mit zwei... Also die haben da sehr viel Spökes mit dieser Odd-Nummer gemacht. Deswegen war ich echt nicht sicher. Es hätte mich nicht gewundert, wenn es jetzt Krasyk heißt oder so. Der Planet. Ja, scheiße! Man muss sich aber auch schwierig. Das ist der Moment jetzt, wo es gewesen wäre. Der hätte das geholt, der Simon. Was sollen denn deine Kinder denken, Simon? Die sollen fertig studieren. Moment, das ist mein Vater? Ja, genau. Wie ist die letzte Heimkonsole von Sega, die 99? Fabian? Dreamcast. Richtig. Welcher Autor erfand den Roman um Filmspion James Bond? Fabian? Keine Ahnung. Wenn du immer mehr Badass wurdest, zum Ende nochmal keine Ahnung zu sagen. Nimm dir doch ein Zimmer mit dem Knopf. Das war großartig. Keine Ahnung, ist leider nicht richtig Ian Fleming. Du hast ja doch nie jemand so eiskalt Dreamcast gesagt. Ich war so drin dann. Es würde ganz anders aussehen. Ich hätte gerne den Fabian an der Kette. Ja. Aber ich bedanke mich nicht nur bei euch, die ihr mitgemacht habt. Es ist jetzt die letzte reguläre Folge dieser Zwischendurch-Staffel von Nerdquist. Aber ich bin im Finale. Ja, in deinem Finale. Es gibt kein Finale. Und der kommt ins Finale, ne? Es gibt kein Finale, Fabian Simon. Fühlt sich gerade so ein bisschen an wie Make-A-Wish. Ja. Ja, das ist tatsächlich nicht. Ich hatte mal eine Frage. Sind das eigentlich dann die Fragen, die Gregor rausgesucht hat, die du jetzt gleich stellst? Nee. Die Fragen habe ich tatsächlich alle selber mir ausgedacht. Dann habe ich sie nochmal Wirt gegeben und Mara habe ich sie nochmal gegeben. Und die meinten, Alter, das ist zu schwer. Das kannst du nicht machen. Oh Gott. Dann bin ich da nochmal drüber gegangen und dann meinten die, ja okay, aber die Mathe-Kategorie, die ist zu schwer. Das kannst du nicht machen. Oh Gott. Dann bin ich da nochmal drüber gegangen. Und jetzt habe ich fast ein bisschen Angst, dass es zu einfach ist für euch. Weil ihr immerhin Titanen seid. Aber ich glaube, wir haben trotzdem eine unterhaltsame Folge vor. Oh, ja, ja. Die könnt ihr alle, die Frage wisst ihr alle. Hände neben die Buzzer. Ich glaube, es geht hier eher um Geschwindigkeit. Jeder kennt die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem Ganzen. Das war zu schnell. 42. Ja, das war zu schnell leider. Was? Ja, ja. Das ist nicht die richtige Antwort. Hahaha. Gut. Okay. Können die anderen jetzt noch weiterraten? Nee. Du hättest mich echt ausreden lassen müssen in diesem Fall. Denn die Frage geht noch weiter. Weil hier, jeder kennt die Frage, das war ja klar, weil jeder kennt sie. Was ist die Quersumme? Darf ich jetzt noch nehmen, ne? Nee, jetzt darf's leider nicht mehr. Okay. Aber die Quersumme wäre natürlich von ... Oh, das ist noch das alte Bild. Ich hatte eigentlich die Spiegelzahl genommen. Das war noch die alte Matik-Kategorie. Und Spiegelzahlen sind schwerer als Quersumme. Ich hab's dann schon auf Quersumme runtergemacht. Quersumme wäre sechs. Also die 24 ist noch ein altes Bild, was ich versehentlich nicht ausgetauscht hab. Übrigens das einzige Bild, was ich versehentlich nicht ausgetauscht hab. Und zwar Aufgabe für alle. Schreibe die Zahl Pi auf. Wer mehr Nachkommastellen kennt, gewinnt. Gregor, was hast du aufgeschrieben? Also man soll eigentlich zumindest die vier ersten Zahlen, glaub ich, kennen. Ach, aber warum? Nee, ich kenn sie nicht. Deshalb hab ich, was wir sehen, 3,1459 und sag mir, ob man's falsch ist. Ähm, 5,9, was kommt danach? 1,8. Dann ist direkt falsch danach. Aber 3,1459. Oh, du fucking... 1,4159. Ist richtig? Du bist ein Scheiß, Alter. Vollidiot. Du bist echt so ein Arsch. Ich hab 3,14 nur. Die sind auf jeden Fall aber auch alle richtig. Zumindest das. Und dann... Ihr kotzt mich beide an. Ey, du hast ne 3, oder was? Ja, 3,847. Who cares, Alter? Aber du hast auch noch einen Periodensprich drüber gemacht. Ja, weiß ich. Ja, dafür kriegst du, ähm, 2.000 Punkte. Ja! Ich kenn aber Pi. Ich kenn aber Pi. Ich kenn aber Pi. Das ist ein schönes Bild von Pi, was wir hier noch sehen. Oh, ich bin voll schlecht. Ich kenn nur die ersten 400 Komma. 3,159. 3,1415926. 5358979. Moment, Moment, Moment. 3,14159. Was hast du? 3,14159. Nein, du hast die 1 vergessen. Ich mein, ich hab 1,14159. Zeig nochmal, zeig nochmal. Bevor wir hier einen Fehler machen. Ich hab ne 5, ja. Hast du nicht drauf geguckt? 3,14... Nee, ich hab auf dem Buch... Ah, du hast deine 1 vergessen. 3,14159. Oh, das heißt, ich krieg sie abgezogen? Nee, du kriegst sie nicht abgezogen. Aber du und Schröck haben die gleiche Anzahl von Nachkommastellen richtig. Okay. Das bedeutet, ihr kriegt beide 2.000 Punkte. Okay. Na, guck an, da haben wir doch... Boah. Boah, das hätte böse enden können. Wenn wir das jetzt nicht noch schnell aufgedeckt hätten. Ei, ei, ei. Gut gesehen. Sehr gut. Tja, wie machen wir's jetzt mit dem Fragerecht? Äh, wer hatte denn ausgewählt, die Frage? Du. Ich lag auch mit richtig, also würde ich weitermachen. Okay, dann entscheide ich das. Dann entscheide ich einfach. So hätte ich's gemacht. Ja. Dann entscheide ich einfach... Er reißt das Quiz an sich. Ich sag ja nur, wie ich's gemacht hätte. Naja, ne, ich... Ja, bitte. Ja, vor allen Dingen lagst du eigentlich auch noch näher an den anderen dran. Und das hat... Ne, ich wiederum finde das Fragerecht einfach einen Schreck weiter. Ja. Nein, 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 nein. Wenn zwei sich schreit, dann gibts doch einfach mir, dann haben beide... Also ich mein, er hat ja so gesehen, er hat die Frage ausgewählt. Ja. Und er hat 3,14. Und dementsprechend hat er ja... Ja, das stimmt. Es ist doch egal. Es kommen doch eh alle Fragen dran. Es ist total wurscht, wer die Frage stellt. Aber er kann's doch nach seinem Gusto bestellen. Ja, aber es ist egal. Können wir einfach's machen, bitte. Also, ihr Pfeifen. Können Pik definieren, aber nicht raffen, dass es egal ist, welche Reihenfolge ist. Ach Gott, die regt mich so auf. Ich glaub, hier geht's um Geschwindigkeit. Um wie viele Spatiaten geht es im gleichen... Hä? Das war Schreck. 300. 300. 300 ist definitiv korrekt. Was war denn überhaupt die Frage? Was sind Spatiaten? Das Spatiaten sind Spartaner, aber die ausgebildeten Kriegsspatiaten. Um wie viele Spatiaten geht es im gleichnamigen Film? Warum sagst du da nicht Spartaner, Alter? Weil Spartaner heißt. Spartaner sind die Leute, die in Sparta wohnen. Die sagen auch im Film immer Spatiaten. Und es geht ja um die Typen auf dem Feld, das sind die Spatiaten. Ich hab grad gedacht, welcher mathematische Begriff sind Spatiaten? Wie viele Spaten brauchst du, um 3 Menschen in 1. Ey, wenn man erst die Frage erstmal entschlüsseln muss. Sorry, ey. Spatiaten? Es geht in dem Film... Ey, Mann! Wer sagt denn Spatiaten? Noch nie in dem Film sei denn Spatiaten, Alter. Spatiaten! Er sagt nicht Spartaner. Wer sagt fucking Spartans, weil man denn auf Englisch guckt? Spatiaten, ey. Hättest du den? Hättest du den Moff-Deutsch geguckt? Ja, ich bin begeistert. Was soll's. Welcher... Ich helf dir mal kurz. Ich glaub den Stift brauchen wir sowieso nicht mehr. Ich bin so dumm, warum mach ich das eigentlich? Mich auch nicht eigentlich, aber egal. Ja denn, wünschen wir doch den Leuten einen schönen Abend, oder? Schönen Abend! Schönen Abend! Tschüss! Tschüss. Ciao wie, jaui...